Ich stehe jetzt von der gleichen Stufe wie du. Wieso haben wir... Ach, jetzt verstehe ich den Unterschied zwischen A und B. Jetzt leuchtet er mir ein. Dann erklär ihn mir. Gut, äh... Wenn man B nimmt, kann man diese Stage nicht getrennt voneinander spielen. Das heißt, man wandert immer auf dem gleichen Bildschirm rum. Hm. Äh... Ich finde es irgendwie besser, wenn wir zusammen sind. Oh, Gott. Wie funktioniert das Ganze? Ach. Also, dieser Teil wurde in den GBA-Remakes entfernt. Aus gutem Grund. Leute, äh, kommt! Ach, kommt! Ich finde, der hat was. Was macht der da unten? Schaut euch das mal an. Wieso man da normal durchlaufen können. Ups! Was ist das für hart gestellt oder difficult? Nein, ich hab normal genommen. Wie die Guy-Mode? Ich weiß es nicht. Also, das stand... Normal. Vielleicht heißt das ja so viel wie schwer. Genau. Wo ist denn hier noch einer? Hüps, da ist ein Loch. Oh, nicht schon wieder im Bunker. Ah, servus. Ähm. Bums. Ich hätte gern mal was. Ja! Nein! Yay! Lauf, 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 lauf! Was zur Hölle! Hahaha! Was war das? Das ist der Gegner. Alter! Das ist schlimm, oh Gott. Ich wünsche euch hätten einen Super-Waffe. Buh, bitte! Ey, Super-Waffe. Super-Waffe! Hey, bitte! Ich spiel hier Castlevania. Mit meinem heiligen Wasser werde ich euch alle vernichten. Da liegt was. F. Au! Ooooooh! Flammenwerfer. Jetzt heißt es auch sein Auge zielen. Quats! Gefänglich. Ja, jetzt heißt es erst mal überleben. Ähm. Das ist nicht mein Spiel. Ja. Nee. Ich verstehe auch wieso. Wau, 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 wau. Oh, das ist doch kacke. Boah. Das Spiel ist schwer. Boah, ja, ich merke. Oh, ho, ho. Dieses Kackvieh bleibt nicht stehen. Boah, komm her. Hm? Wo ist es hin? Oh! Was? Ja, jetzt, jetzt, jetzt versucht es uns zu zerquetschen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ich gebe das jetzt. Ja, es kommt jetzt um dich zu zerquetschen. Deswegen. Boah. Kann sonst nicht einfach sterben. Hier wischen kaum. Das ist schrecklich. Glaubst du ich? Ich weiß nicht mal, wo er ist. Ja, er kommt. Er kommt jetzt immer zu einzeln. Boah. Nein. Hey, wie machst du denn? Hä? Ich will den auch können. Ja, er muss der halten und schießen. Oh, das ist doch für ein Arsch. Danke. Jetzt habe ich auf dich geguckt. Ich bin geschraubt. Oh. Anmerkung, Alter. Bitte, bitte. Es ist Emiros Schuld. Oh mein Gott. Oh. Los, Emiro. Du schaffst es. Alle glauben an dich. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Nein. Was? Fuck. Mach. Du wirst es schaffen. Jawohl. Du kannst dich um mir nicht drehen. Da. Für einen Moment mach das. Ah. Da war es. Bö. Oh. Flammt, du hast mir Punkte jetzt. Aha. Und ich lebe noch. Aha. Ja, Emiro. One-Man-Army. Schaffst du. Drück mal A. Nein. Klappt nicht? Nein. Das ist ein Kombi irgendwann mal wieder. Wenn du stirbst, was bald ist. Ungefähr jetzt. Nein, nein, nein. Nein. Na du, kalt zu Mario-Approbter-Plattformer. Oh, das ist doch deprimierend. Egal, jetzt bin ich bei Stage 3 und da bin ich wieder. Yay. Mein. Oh Gott. Oh Gott. Oh, bitte. Hm. Nein. Beste ist es, wenn du hier rumspringst. Oh, das sagst du mir jetzt. So agiler. Tot. Was ist das, da kommt man selbst drauf? Wuppern. Bombs. Äh. Gut. Springen heißt tot. Ist geschafft. Und. Tötet das? Ja, natürlich. Na das, nee, nee, nee. Ist einfach nur. Etwas, um das Spiel noch kompliziert zu machen. Oh. Was ist das denn? Was? Was? Ich habe echt keinen Spaß. Also, wir schießen, Alien fliegen vom Himmel? Hm? Alien fliegen schießen wir jetzt vom Himmel? Ja. Geil. Das sind doch schlimmer. Und. Oh. Das verlangen die nicht echt von mir, oder? Doch. Autsch. Ach, ich mache es so. Boah, das ist doch krass. Boah, das ist doch, nee. Boah. Was? Ja, das Teil ist schwer. Haltwegs. Wie komme ich denn an das Teil dran? Du musst, ja, runterspringen oder einfach in der Nähe davon sein. Ganz ruhig. Ja, ja. Oh, nice. Oh Gott. So viel zum Thema ruhig. Oh, ich bin so blöd. Oh. Das war knapp, mein Weaver. Das war knapp. Ich kann es halt. Spring ab. Was? Gott. Sag mir sowas mal eher. Und. Nein, nein, nein. Nein. Das ist die einzige zwei Waffen. Wir sind so tot. Oh Gott. Komm, ihr rechts dran. Ich verrate das jetzt noch. Tu es einfach. Boah. Also, er schießt jetzt Raketen, die wir abschießen können. Das muss ich dir einfach nur sagen. Und wenn, du gesagt hast, du musst schießen loslassen, um dich zu bewegen. Ich hab's gemerkt. Oh mein Gott. Ja. Er kommt ja noch. Boah. Let's get it. Ich sag's jetzt schon wieder. Endgegner. Also, die Miro hat ne Theorie, woher dieses Wort kommt. Letzter Gegner. Es kommt von letzter Gegner und. Boss. Frag mich nicht. Was? Was ist das? Alter. Das ist schon wieder tot. Wir sind grandiose Spiele. Ja, ich merke das. Ähm. Was? Du da? Ich hoffe nicht. Nein. 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 Boah, pass auf. Das gibt Rache. Ach, nein. Warte, sind wir das jetzt? Nein. Ach, schade. Ach, du Scheiße. Mein Amiron. Okay. Ich denke, an der Stelle machen wir schon los. Nein. Wir hatten noch zwei Continues. Was? Ja, spoilern wir uns das Spiel vor. Schaut euch Sachen an, die wir sehen werden. Oh mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass der Teil meines Joysticks belegt ist. Ja. Jetzt weißt du es. Ich würde sagen, wir machen es aber anders. Wie? Wir spielen was anderes. Okay, was? Ach, verdammte Intros. Temos. Ja, und was? Das überlegen wir uns noch. Okay. Also dann, bis gleich. Bis gleich, ja. Weißt du, was? Ja, das war das noch. Vielen Dank.